Oh Gott, nein, wir hacken nicht. Ja, wer hackt denn von uns? Ich war gerade mal zwei Minuten im Replay, hab nur diese, explizit diese 10, die ich auch dachte, mir angeguckt und hab von 4 eurer Member gesehen, wie sie in einem CW reinhacken. Und es ist so dermaßen traurig, könnt ihr nichts mehr let it oder warum, was soll das? Es ist, ihr seht hier, es ist einfach jeder aus diesem CW von den Leuten hackt rein und dann denken sie auch noch, sie werden let it, fühlen sich irgendwie krass und verkacken am Ende noch. Es ist doch so nervig, spielt doch einfach mal let it, wie schwer kann es denn bitte sein? Jetzt mein Realtalk, was soll die Scheiße, die jetzt kommt, wie er jetzt an den Block rangeht, erstmal den Igel-Client anmacht und ihr seht ja gleich. Guckt euch bitte an, wie er damit jetzt mit seinem Igel-Client erstmal rumläuft, ihn jetzt hier erstmal ganz langsam ausstellt, um die Leiter wieder hochzukommen. Junge, das kann doch nicht CW-BW 2018 sein. Und ich weiß nicht, was man sagen soll, das ist einfach ein Weltrekord. Der erste Hit im kompletten Match war einfach schon unletted. Und zwar vom Gegner achtet mal auf seinen Nock nach oben. Guckt euch das an, das ist doch... Oh Gott! You can't take it back, no more. I've got so much left to say, but I'll take no words and walk away. Und wenn ihr beim nächsten Video Sack mal gewonnen habt... ...Lex LP 04, ich ehrlich auch gleich in dem, wie ihr auch einfach in die FL kommen könnt, ist, indem ihr einfach einen Kommentar unter diesem Video hier schreibt, oder halt unter eurem schon geschriebenen Kommentar einfach auch in den Ingenamen rein schreibt, weil ich will das halt so machen, dass es der FL, ich wollte dich eigentlich privat halten, aber ich mach's halt so, dass es etwas Besonderes ist, da sind halt immer 30 Leute in der FL, und so ist es auch ein bisschen was Besonderes. Oh, wollen wir 1stack fahren, oder flach durch? 1stack. Ja, dann musst du die Holzpicker nehmen. Ich hab drei, ne? Wie viel soll ich als drittes nehmen? Nehm einfach als dritter einen. Drop, 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 vergiss es, was du wieder machst. Wollt grad sagen, Alter. Wie viel soll ich nehmen als letztes? 16. Stickleiter am Glück, der irgendeinen hat. Du hast noch eine zweite Pick, oder vielleicht das? Oh, der ist runtergerannt, hast du ihn da. Das ist rot. Heute ist absolut nicht mein Tag. Hast du die Plöcke? Das ist one hit. Perfekt. First rush, first rush, first rush, first rush. Geh aufs Bett, geh aufs Bett. Schon wieder diese Hits, nein! Ich werd in der Luft zurückgebracht. Jede Wunde krieg ich diesen Hits in. Treffen wir auch schön, er hat zwei Bows. Also ich weiß ja nicht. Treffen. Der taggt übel viel. Ja. Ah, der Spektradus, der, 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 der punktet da mit, der, einer schreit, äh, also, äh, 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 äh. So, einer? In oben, glaub ich. Der Typ hat da Eisenfühl heute in der Hand, glaub ich, oh mein Gott, es wird dumm. Äh, FluxTV, äh, 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 das ist ja doof, er da draufgehen würde, gegen zwei Leute, wenn er, äh, äh, äh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Kommt noch einer druten Jungen, wie ob wirs. Ich hab schon. Wo ist die EC? Wo ist die EC? Ich höre, wir haben, wir haben keine EC. Ah. Fuck, Alter. Äh, 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 äh. In der Edjustin 7-0. Mann, ich hab keinen Bock auf den Ballen und so. Äh, fuck. Ich hab noch nie so ne Base gesehen, ne? Die ist sexy, oder? Achso, ich dachte, das wär's. Nein, ich hab gar keinen Bock auf die. Hab noch einen Hater. Nein, es ist Down. Er ist Down. Er ist auf sein Notepad gekommen, was ist los mit dem? Kennen wir gar nicht. Ich glaub, der hat was falsch eingestellt. Ich hab wieder. Ich hab wieder. Ich hab wieder, komm noch mal, zweiter, er kommt noch mal. Oh Gott! Oh, drei Herz. Oh, der ist ja so lustig, der Paluten, ne? Oh, das ist ja so schön. Alter. Ich hab noch nie mal das Code-Web drin, mit dem ich mal ein MLG machen wollte. Okay. Ach doch, die kommt. Ich hab noch auf diesen Lauch. Ach doch. Boah, er ist noch weggekommen. Das ist Down. Du hast dich jetzt nicht mehr. Hast du den? Ja, schon. Krass. Oh Gott, der kommt ja mit unten auch weg. Er hat einen Bogen. Echt? Oh, strattig. Ich hab den Paluten gekillt, der hatte auch Bogen vorliegen. Oh wow, jetzt sind sie wieder zu dritt bei mir. Einer Down. Brauchen wir Specs? Mir schreibt die ganze Zeit einer noch an. Bogen. Ah, scheiße, doch nicht drin. Ein Down. Der ist offen wahrscheinlich, Schaf ist da. Der Mist. Wird. Nee. Das ist wahrscheinlich. Wird. EC abgebaut worden. Hab den Bau da auch. Jung, yeah. War bald offen. Sag mal. Weiß ich nicht. Hat echt kein Spaß. Ah, nee. Ist komplett offen. Das ist genug. Kannst du hier trocken? Willst du base auf mich haben? Ja. War bald offen. Nein. Das ist hier wichtig! Das ist das. Nachfall, eine? Oh Gott. Kann ich trocken? Ja. Ach so, ne, sag ich, wo bist denn du? Ach, du bist so. Warte hier. Trocken mir dein ganzes IQ. Da muss ich nichts machen. Ja, trocken mir auch noch deine, deine Rüstung. Noch nicht benutzt. in die und mitte kann das sein mit der zeit runter wollen wir zu zweit runter und kriegt er noch weg aber er war im web er hat uns ja beide geschlossen die haben dreizehn nach oben die haben dreizehn nach oben wird spaßig oh mein gott will niemand irgendwas spielen mit tcw ja mit wem ist weg einfach ne wollte gleich vielleicht fcw spielen irgendjemand ich hab noch zwei tage clansperre weckt er sich denn? ach wem ist das auch da ja der dreizehner ich hab vergessen ey die face und face ist vermogen die damit weiß ich nicht ja warte ja als ob ich genau dann gekommen bin da ist ein pad abgebaut ja sicherlich glaubste auch ach so stimmt da ist hier 190 sorry sorry was träumst du nach ja keine ahnung meine maus geht nicht meine maus geht nicht ja 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 der ist richtig gut der steckt sich der will bestimmt der welt ähm oh der hat ein dreizehner dann macht der dreizehn ja ok hab noch einen schönen Tag ey guck die hs da ist 8 gold warte die hs droppt er kommt zu unten einer da unten alles ist unten bin auch da unten boah Dario noch dreht risky ich bau dich frei ich bau dich frei ist der blöd nein 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 jungs ja gar nice ey ich hab den einen mit checkern grad so geknallt mit zwei herzen ja ich hab den zwei hits geht wodurch jeder mal ne achso ja stimmt hau rein ne boah Junge ok oder wenn jetzt Daniel kommt können wir noch eins spielen aber ja